Jungfahrt fahrt geglückt. Ja Sekunde, ich muss noch gucken, ob der Motor noch lebt. Das ist meine persönliche Galionsfigur vom Schiff. Jetzt musst du es Sina nennen. Nein, Schatz. Du? Nein. Ob es da Überraschungen gibt. Cool, dass man fährt. Das ist der perfekte Wellenboden. Ich habe hier Wellen, wo du jetzt mal fahren kannst. Sieben Stunden später. Das waren nur sieben Minuten. Doch ist egal. Sieben Minuten. Ich habe noch nicht mehr. Das ist hier. Du hast die Kamera. Aber kein Wasser aufdruck. Ich denke mal, kann man nicht mehr. Also ziemlich trocken. Auf deutsch, trocken. Akkus sind. Die Hände sind so kalt. Ja, die sind ja, ich denke mal die sind kalt. So ein Motor. Der Blödsinn ist noch dran. Also das ist auch schon mal gut. Hast du einen warmen Finger eigentlich? Nein. Bisschen Finger von der Hände. Ha! Gut. Der ist heiß. Der war heiß. Der lebt noch. Der lebt noch super. Und hier ist es kalt. Wenn es gefunzt hat, darfst du einmal in die Kamera lächeln. Jungfahrt fahrt also wirklich geglückt. Wunderbar. Also kann nicht besser laufen. Alles ganz. Bis zum nächsten Mal.